Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt hier in Weimar und gehen jetzt mal Richtung Theaterplatz und... Oh, warte mal. Der Mann da, der... Kann mal jemand die Polizei rufen? Der Mann schlaut den Wagen, der will hier die Reifen, glaube ich, schlauen. Wenn jemand hilft dann beim Klauen, dass er noch da sagt. Ja? Nee, der will, dass wir ihm helfen. Nee, niemals.